So, willkommen zurück zum Let's Play von Ender Lilies. Wir machen weiter. Ich denke mal, wir sind jetzt hier im Finale angelangt. So, in der Unreinheit. Und dann schauen wir mal, was jetzt abgeht. So. Sieht auf jeden Fall danach aus. Endlich haben wir sie gefunden. Die Quellpriesterin. Okay, ich flieh. Unreiner König. Auch das Herz, ne? Irgendwie. Da spawnen die. Ich glaube, ich nehme den hier. Ich bin mir lieber. Auf jeden Fall ist mir das lieber. Das machst du. Oh, fuck. Was ein Damage. Hab ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Okay. Ja, der Rabe ist cool. Ja, lass mal so. So ist okay. Das war aber ein Damage jetzt, ne? Hi. Genau. Ähm, wir gehen direkt mal hier hin, oder? So. Okay. Haben wir gar nicht getroffen. Sehr gut. Oh ja. Ich kriege auf jeden Fall viel Leben wieder zurück. Ja. Nein, 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 hier, den hier. Hey, das war ein Astreiner-Ausweichmanöver. Oh ja. Ich heile mich, okay. Ja, schade, ich habe keine Aufladung mehr. Ja, das ist echt doof. Okay. Da muss ich dran glauben. Oh man. Okay. Yeah. Okay. so was machst du okay vogel hilf mir bitte doch gott ein nein 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 weg 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 okay gott was keine heilung macht schade okay ich bin tot schade schade wieso habe ich denn so wenig hatte fähigkeiten im nahe kampf habe ich den ring ausgezogen eigentlich ganz schön viele 14 und 15 warum so wenig ich hatte es doch mehr gehabt oder oder habe ich da was rausgezogen ermöglicht erhöhte heilkraft erhöht die anzahl die oft fertigkeiten den habe ich drin oder habe ich noch dringend hatte man weil könnte noch den hier rein nehmen hätte ich dann mehr drei jahre müsste ich aber den rausnehmen oder den oder den erhöht angriffsschaden ich nehme mal das brauche ich da ist gut du erleidest sehr viel weniger schaden naja ich versuche mal den rauszunehmen nimm den hier rein und erhöht schaden im boden noch mal ob wir vielleicht noch was gutes den haben wir jetzt drin erstmal gucken ob ich überhaupt jetzt mehr fertigkeiten ab 18 20 immer noch mehr viel mehr habe ich jetzt auch nicht oder 18 20 also gilt nur ein ring oder was kann es sein ich nehme mal einen wieder weg 14 15 nämlich auch raus ja genau jo ja die hätte ich schon gerne drin auf jeden fall okay dann nehmen wir die beide rein wie oft ich bin schon einmal und der andere war hier so jetzt haben wir wieder 18 20 okay und so dann max lp der ist gut der ist gut der ist gut der ist gut also könnte ich noch einen 2 jahrigen reinnehmen den haben wir drin weniger schaden 2 soll ich den nehmen mache ich echt viel schaden damit 2 erhöht den schein in der luftausgang geringfügig nur geringfügig erhöht die heilkraft von gebeten nehmen wir raus und nehmen wir jetzt den rein dann haben wir entschuldigung 555 heilung und wir machen das so erstmal erstmal bis sie magie und wenn da so hälfte leben hat wechseln wir auch die nahe kampf okay versuchen wir mal erstmal okay 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 alles klar da kannst du dich eigentlich jedes mal hallen ich glaube der ring den ich rausgenommen habe auch ja okay und weg ich bin tot okay ja ich glaube da hat mir mal eine andere konstellation besser gefallen irgendwie und wird его naja ist der schritt denn auf jeden fall ziemlich schnell runter mit meinen fähigkeiten ich bin tot okay alles klar das schnell diese fuddel arbeit jetzt auch durch wieder nimm mal raus was lass ich drin nimm mal auch raus vier heilung ist okay so also wir nehmen dich wieder rein ich stimme raus und ich stimme rein ein gebete okay ist okay erhöht angriffsschaden mehr leben mehr leben so zwei slot dann nehme ich den hier noch ein noch weniger schaden okay versuchen es noch mal das hat eigentlich ganz gut geklappt ja okay du hast mich getroffen hey du gehst nur auf dem sack da diese fische ja genau hör doch mal bitte auf nein okay und die bitte ja das problem ist läuft zwar alles gut allerdings ja jetzt habe ich noch einen verschwendet sehr schön oh ja da war gut da war gut da war gut und einmal und die bitte oh ja 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 und oder nein 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 danke nochmal hier und die bitte mir wohl stirb hier noch eine phase okay ich habe keine nahkampf attacke mal alles klar einmal und okay jetzt ist jetzt ist schwer jetzt ist wieder voll total schwer ok ich bin ja sowas von tod heil 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 ok ich bin sowas von tod ja okay noch mal ich kann man nicht ganz gut klar mit meinem nahe kampf da komme ich echt gut klar allerdings sobald die auf aufgebraucht sind komme ich hier mit magie nicht klar was können wir machen was können wir machen wir könnten was hier rausnehmen könnten ja was wollen wir reinnehmen der hund ist total unbrauchbar ja das mal irgendwie so langsam gewesen ich weiß nicht ist das vielleicht gut weil das so viele fischer sind kann sein ja leicht könnte ich weiß nicht vergiften okay gut okay wir versuchen es nochmal dem hund ich gebe den hund noch eine chance alles klar auf geht's auf geht's enttäuscht mich nicht okay oh ja der mitsch macht das ding auf jeden fall okay ja also das macht schon ordentlich damit schon mal sagen wenn der hund ist sowas von unbrauchbar okay das klappt auf jeden fall gar nicht so schlecht muss man mal sagen ich habe mich noch mal ich habe mich noch mal Okay, ja, 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 ich habe keine Aufladung. Komm her. Okay, das muss jetzt reichen. Reicht das? Reicht das? Reicht, 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 re ok auf jetzt oder niemals keine neue phase heilung 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 was mache ich jetzt jetzt oder nie jetzt oder nie nein keine keine heilung war nein das gibt's doch nicht dann ich hätte den beinahe gehabt der der hund der muss jetzt erstmal raus das ist ja echt unglaublich mit dem hund aber das ding ist gut ich jetzt nicht gedacht okay was machen hätte ich vielleicht doch den nehmen sollen nein schießt er die ganze zeit mit dem hier dem hier als brauche ich noch alleine was macht ja das könnte ich machen gift gift ne gift würde gehen ja warum nicht bisschen hilft ja bisschen okay auf geht's ja alles klar haben wir gehabt so auf geht's schießt machen noch gift jawohl ja mach die fertig so okay es muss aber aufpassen dass ich 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man Untertitelung des ZDF, 2020 Oh man Nein Okay, okay, ich hab wieder mit gar nix, komm Nein, oh Gott Nein, halt dich, halt dich, halt dich, halt dich Oh Gott, halt dich nochmal Okay, kann ich mich nicht, alles klar, ich bin tot Scheiße, wieder so knapp Okay, okay, ganz ruhig, das schaffen wir es, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir, also, weniger Schaden, das passt, mehr Leben, passt, 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 passt. Okay Dann würde ich sagen, lassen wir drin, für den Anfang, auf jeden Fall, das nehmen wir zum Schluss, einfach, also die leisten wir zum Schluss. auf jeden fall so was können wir hier reinpacken oberste beschützerin manchmal was machst du okay würde ich so machen so weiß ich nicht macht nicht so viel damage glaube ich okay was haben wir hier noch nk wäre vielleicht noch eine möglichkeit ja denken eigentlich eventuell machen so einmal den einmal den einmal den einmal den dann wieder den ok ja ok das lassen wir mal so okay wir gucken aber ob er jetzt ein von den fertigkeiten verstärken kann okay alles klar ich denke mal bin überzeugt von der leiste auf jeden fall ich bin sehr überzeugt ganz klar wir machen jetzt einmal ein schuss und einmal den einschluss und einmal den ja aber wohin so schuss einmal den fluss und den los und den dachte ja genau das ist ja du musst ja auch treffen okay mal meine ulti keine ahnung wie gut da ist jetzt muss man zahlen alles klar ne der achsmann überzeugt mich nicht da war das gibt mir irgendwie lieber zu viel heilung schon verbraucht mein gott ne der achten ne der achten ne der achten ne der achten okay ne der achten Das war's. Hm, ja. Oh Gott. Nee, es ist... Ich komm nicht klar. Ich komm nicht klar. Das gefällt mir auch nicht. Das gefällt mir auch nicht. Dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Hm. War der Damage eigentlich gut? Weiß ich nicht. Oder doch die Magie. Ich bin mir nicht sicher. Dann kann ich das spammen. Okay, probieren wir mal so. Ich hatte ihn ja schon ein paar Mal. Passt. Oh, diese Viecher, die sind so nervig. Das läuft an. Oh, das ist... Habe ich so schon so schnell weit unten. Wusste ich jetzt, hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Okay. Okay. So, nehmen wir mal den. So, 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 so. Noch eine Ulti hinterher. Komm. Okay. Okay. Okay, läuft, 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 läuft. deutschen okay sehr gut sehr gut sehr gut noch nur und die hinterher gift 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 weiter 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 gift noch ein gift und jetzt in die attacke ich habe keinen zaubermann okay das muss jetzt klappen wenn das nicht klappt dann weiß ich auch nicht so kommen wir mal weg bitte auch eine heilung nehme ich mir auch okay das war im richtigen augenblick ja wohl komm bitte enttäusch mich nicht weg 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 okay weg weg einmal heilen wir heilen uns wir heilen uns jawohl okay er ist doch total einfach der boss mein gott was habe ich denn die ganze zeit ende der reise ja auch bitte das reicht ja ich glaube das reicht ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020